Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind konnte sie zahlmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebt an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ein Erdbeben. Eure Mutter ist bei solchen Dingern immer durchgedreht. Noch eins. An denen kommen noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Der Wind wird auch stärker. Dan? Los, noch ins Haus. Aber das nichts hier auch tun ist. Dan, was passiert hier? Es ist Odin. Es ist Odin. Ins Haus, Jungs. Los. Hau doch, ist er mir. Das ist kein Erdbeben. Was redest du denn da? Weiter geht's mal aus und bleibt da. In's a truck. Aber der... Los, don't! Komm, Logan! Was zur Hölle ist denn los? Hier lang, Logan. Kletter rüber! Hier die Fläche! Los, reiß! Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist, Odin? Komm schon! Doch, wir werden das Haus nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Hilf mir hier! Okay. Drei, zwei, eins, schieb! Wir werden nicht sterben. Modell! Und mal. Odin Kontrolle, Ping, der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. 5 Meter Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? Drei Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Hochgeschleuert. Becker, hilf mir beim entladen. Verluste! Odin-Kontrolle, wiederholen. Komm schon, ich bin hier dran. Sie waren im Shuttle. Der Fall ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen. Wir müssen uns beeilen. Komm böse an Odin-Kontrolle. Werden beschlossen. Ach, Achtung! Erschieße ihn! No! Bada, no! Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand gebrochen. Odin-Kontrolle. Odin geht auf Feuermodus. Dies ist keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin-Kontrolle! Es sind Föderationstruppen im hinteren Crewmodul. Becker, Achtung! Da gibt's noch mehr! Odin-Ladung 1 lädt. Ziel Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Odin Zielerfassung ist aktiv. Geschützte Verluste. Oh nein! Odin Feuer! 27 Millionen. Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin-Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Moesley. Verstanden, Houston. Becker, wir müssen uns sputen. Warte, 10 Sekunden. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Wir nach. Becker, wir müssen uns sputen. Becker, wir müssen uns sputen. Becker, wir müssen uns sputen. Odin-Kontrolle. Empfangen Sie? Houston, hier Mosley. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen uns odehen und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Marko oder Steuerbord. Soundlink-Systeme antworten nicht. 23 Grad. Wir versinken dieses Ding im Ozean. Hilfe, das Surfen! Abwicklung auf mich, Houston. Schönen Sie diese Treibstoffwaltung. Du hast ihn gehört, Baker. Feuer! Ich hoffe nicht, Baker. Einfach weiterschießen. 15 Grad. 23 Grad. Das reicht. Das ist genug, um Sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. 2, 2, 1, schieb! 3, 2, 1, schieb! 3, 2, 1, schieb! 4, 2, 1, schieb! 4, 2, 1, schieb! 4, 2, 1, schieb! Uns geht's gut. Ab in den Schlag, Jungs. Komm schon, Lüge. In den Schlag mit ihm, in den Schlag. Wir müssen weg von hier. Du bist schon wieder, Sohn. Haltet durch, Jungs. Haltet durch, Jungs. Haltet durch, Jungs.